Norddeutscher Rundfunk 2021 Weißt du, was das Beste an die guten Vorsätze fürs Neujahr ist? Was denn? Dass wir da so richtig was zum Lachen haben. Schau mal da runter. Ein Stadtpark. Was da alles umeinandergeschaut. Da weißt du gar nicht, dass das der Hund oder das Hermit, das er auf alle Viere daherkriegt. Ja. Und die anderen? Die gehen mir die Bretter unter die Füße am Berg rauf. Die Einsamkeit der Natur genießen. Mit tausend anderen Leuten. Was ist mit dir? Hast du auch einen guten Vorsatz fürs Neujahr? Ja, voll. Mehr Mineralstoffe zu mir nehmen. Magnesium, Kalzium, Natrium. B-Vitamine. Schlecht. Und du? Ich habe mir vorgenommen, beim Bier mehr Zurückhaltung zu üben. Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? War das nur Zurückhaltung? Ich glaube, du musst schon noch ein bisschen üben. Was? Okay. Das pass auf. Ja. Ja. Das war gar nicht von der Obenfels. Aber vergisst du deine Vitamine, Felix? Ja eben. Brust. Das war gar nicht los. Ja. Ja. Das war gar nicht los. Untertitelung des ZDF, 2020